Ich erinnere mich an den berühmten Sonntag, das ist noch nicht allzu lange her, als die Parteitatsbeschlüsse oder die Medien ging. Dann bin ich in meine Standbeiz gegangen, dass sie SP-Wählerinnen und SP-Wähler, wo ich reinkam bin, haben alle zusammen zu grölen. Sie sagten, jetzt wollen sie den Kapitalismus Schluckweiss überwinden. Und sie haben irgendwo, ich weiss nicht, ob das schlimmer ist, wenn sie futtern und sagen, jetzt spinnt ihr, oder wenn sie lachen und flaue Witze darüber machen. Ich musste erst ein bisschen leer schlucken und das mit diesem Schluckweiss überwinden, das auf Anhieb nicht klappen wollte. Aber dann habe ich gesagt, ja, halt, jetzt haben wir eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, die zweifellos, das bestreitet auch niemand, hocheffizient ist. Also so viel, so schnell, so viel Geld vernichtet, wie die letzten Auswüchse von diesem kapitalisten System, das hat kein Staatsbürokrat, hätte ich das fertig gebraucht. Dann wollen wir ein System, das weiterhin möglich ist, dass eine Firma eine ganze Volkswirtschaft kann die Wand fahren. Wo der Staat muss herzustehen und quasi in einer Garantenstellung, also der muss dann quasi Bürger sein und die gleichen Leute kommen in einem Jahr, wo sie zwei Milliarden, oder weiss nicht, guck mal was, Defizite geschrieben haben und gleich viele Boni auszahlt haben. Wollen wir ein solches System? Wenn das schon die Überwindung vom Kapitalismus ist, dann bin ich auch für die Überwindung von diesem Kapitalismus. Wenn man dann mir sagen, das ist immer noch innerhalb vom System, aber immerhin, wenn man das könnte, beseitigend einem das System, dem System ein paar Giftshands zählen, kann man das für mich auch als Taslo gelten. Oder die Abschaffung der Armee, ich muss noch sagen, ich habe so fruchtvolle Dienste da, kann ich nicht, aber ich hatte zum Teil 24 Stunden Tage mit einem scharfen Arrest und so und ich hatte wirklich ein gestörtes Verhältnis zu der Armee. Und bis vor kurzem, wenn mir einer gesagt hätte, man muss das Zeugs abschaffen, dann wäre für mich der Fall klar gewesen. Heute sage ich, wir haben es mit einer anderen Armee zu tun, als die ein paar älteren Gesellinnen und Gesellen hier noch erlebt haben. Also heute haben wir eine Armee, die kommt, wenn es Überschwemmungen gibt, aber es gibt einen Haufen, einen Haufen Optimierungsbedarf, aber von mir aus muss man das nicht unbedingt abschaffen, sondern man muss es so machen, dass es wirklich zum Sägen und vom Nutzen der Zivilgesellschaft wird. Und vielleicht noch, eins hat uns ja traumatisiert, und ich schaue da bewusst in die Gränkenrecken rein, wir hatten ja 19-18er-Geschichten, wo alle von uns traumatisiert sind, auch schon nur vom Verzöllen. Und ich habe noch Leute gekannt, wo ihre Eltern oder ihre Väter dabei sind. Also es ist irgendwie zwei, drei Generationen zurück, wo man es noch oral history sagt, man dem glaube. Wenn man Leute kennt, die einem erzählen, was da passiert ist, dann nicht nur mit den Geschichtsbüchern liessisch, oder die Fussnoten liessisch, von dem sind wir nicht traumatisiert worden. Aber schaut mal, was in dem nördlichen Afrika passiert ist, wo die Armee dort gestanden ist. Und ich sage nicht, ich will nicht allzu naiv sein, aber wenn es zu einer Situation käme, wo ich als äusserst unwahrscheinlich oder fast gar unmöglich halte, dass es zu solchen sehr scharfen Konflikten käme, ich wäre relativ zuversichtlich, dass die Armee oder mindestens die relevanten Teile der Armee auf der rechten Seite oder auf der richtigen Seite der Barrikade wären. Also von dort her kann man auch die Armeeabschaffung ein bisschen relativieren. Der dritte Punkt, der ein bisschen Welle geschlagen hat in dieser Parteidassschicht, das ist irgendwie die unverzügliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Ich glaube, wer sehen dann auch, dass es durch die Welt geht, der weiss, wir dürfen uns die Option Europa einfach nicht zuschauen auf ewige Zeit. Das ist unmöglich, eine Insel, die da irgendwie mit diesem Europa ist, so und so viel Prozent vom Export gehen in den Wirtschaftsraum hinein, die sich bis hierher an der Nase rumführen lassen, was mit Steuerflüchtlingen, man weiss, was passiert ist, dass Europa jetzt so langsam erwacht und sagt, also wir können weiterhin miteinander spielen, aber wir wollen bei der Definition der Spieler auch etwas zu sagen haben und dort sagen, mit denen verhandeln wir nicht, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist einfach, also das ist frivol, das ist unverantwortlich und ist politisch schlussendlich schlicht und einfach falsch und riskiert den Wohlstand von diesem ganzen Land. Dass man nicht gerade heute und morgen, muss aber Verhandlungen führen, um auf den ersten, ersten 2012 zu beizutreten, also so realistisch sind wir alle zusammen und was das will, die will da multi-optionale Strategie fahren, sagt man das so. Es klingt einfach gut, also dass man sich möglichst lange, möglichst viele Wege offen hat, das macht man in allen anderen Lebensbereichen auch.